Das Klassik-Pony. Ein kleines Großpferd auf Erfolgskurs. Auf dem Gestüt Taubergrund in Schwäbisch Hall werden die vielseitigen Ponys gezüchtet. Klassik-Ponys zeichnen sich durch ihren Mut, ihre Leistungsbereitschaft und ihr ausgeglichenes Temperament aus. Diese Eigenschaften machen sie zu ausgezeichneten Fahrponys, die bei Wettbewerben auch gegen Großpferde antreten. Ich habe eine Pony gesucht, die ausschaut wie ein Hafling und dann habe ich eine Zeitung erwischt. Und dann bin ich hochgefahren nach Hannover und habe eine Studie mit Folie gekauft. Und das Jahr darauf habe ich noch eine gekauft und mittlerweile sind es 22. Farblich gibt es bei den Klassik-Ponys keine Einschränkungen. Häufig kommt die Fellfarbe Fuchs vor. Besonders begehrt ist jedoch der Dunkelfuchs mit heller Mähne. Das typische Markenzeichen der Ponys sind die kleinen harten Hufe, die langen schlanken Beine und der kleine edle Kopf. Die Größe der Ponys reicht bis maximal 1,12 Meter, was sie zu idealen Begleitern für Kinder macht. Das Klassik-Pony verfügt über viel Gangvermögen und ein elegantes Auftreten. Das Zuchtziel sind robuste und genügsame Ponys. Also die Bewegungen sind weit ergreifende Bewegungen, also wie ein kleiner Warmblüter sozusagen. Vielen Dank für's Zuschauen.